60 Jahre LD-Verfahren. Eine Innovation verändert die Welt. Das ist das Thema der spannenden Sonderausstellung in der Föstalpine Stahlwelt. 1952 eröffnete die Föstalpine in Linz das weltweit erste LD-Werk und läutete damit eine Revolution der gesamten Stahlindustrie ein. Die Erfindung des LD-Verfahrens gilt als die größte Innovation der österreichischen Metallindustrie. Immer einen Schritt voraus zu sein, das ist der Anspruch der Föstalpine. Dafür war und ist das LD-Verfahren von ganz besonderer Bedeutung. Aber was ist das Außergewöhnliche daran und wie funktioniert es? Das und noch viel mehr kann man derzeit in der Föstalpine Stahlwelt erfahren und entdecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Sonderausstellung zum LD-Verfahren ist spannend inszeniert und verspricht ein außergewöhnliches Erlebnis für Jung und Alt. Für die Kleinsten erklären liebevoll gestaltete Kinderstationen auch komplizierte Zusammenhänge einfach und leicht verständlich. Lassen Sie sich von Stahl verzaubern und freuen Sie sich auf eine außergewöhnliche Sonderausstellung. Föstalpine – Einen Schritt voraus